Die Kühlweste Bodycool to be safe ist in den Farben Orange und Gelb erhältlich. Sie ist bestens geeignet für Baustellen oder andere Bereiche, bei denen warnschutzgemäß EN ISO 2471 Klasse 2 gefordert wird. Es sind sechs unterschiedliche Größen von S bis 3XL verfügbar. Zur Aktivierung der Kühlweste diese ca. 2 Minuten in Wasser eintauchen. Danach vorsichtig ausfringen und anschließend innen mit einem Handtuch trocken reiben. Fertig! Sie erreichen eine Kühlung bis maximal 15 Grad Celsius unterhalb der Umgebungstemperatur. Die optimale Kühlwirkung erreichen Sie bei folgenden Umgebungsvoraussetzungen. Erstens Umgebungstemperaturen unter 40 Grad Celsius. Zweitens niedrige bis mittlere Luftfeuchtigkeit. Und drittens guter Luftzirkulation. DoACK EC1 Genau. Das ist die Untertitelungs- Wir washen den Straß. Untertitelung des ZDF, 2020